Was ist, wenn es Lebensmittel gibt, die dir nicht gut tun? Gleichzeitig möchtest du dir keine Verbote machen. Du willst schließlich nicht schon wieder in ein Diätverhalten zurückkippen. Und genau über dieses Dilemma und darüber, ob Verbote immer schlecht sind, sprechen wir heute. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Horst. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Verbote sprechen. Den Impuls für die heutige Folge habe ich durch eine E-Mail erhalten, die ich in den letzten Wochen erhalten habe. In dieser E-Mail schreibt die Person darüber, dass sie gerade völlig durcheinander und konfus ist, also verwirrt vielleicht ist. Sie berichtet, dass sie vor dem intuitiven und achtsamen Essen bestimmte Speisen oder Dinge weggelassen hat, die ihr nicht gut tun. Welche möchte ich an dieser Stelle nicht erwähnen. Seit sie begonnen hat, achtsam und intuitiv zu essen, hat die Person alle Regeln über Bord geworfen, weil so macht man das ja schließlich. Diätmentalität ade ist das Motto. Und damit isst sie auch die Lebensmittel, die sie vorher weggelassen hat. Ja, und nun ist sie verzweifelt, weil sie merkt, dass es ihr nicht gut tut, wenn sie gewisse Lebensmittel isst. Gleichzeitig hat sie aber Angst, wieder in die Diätspirale zurückzukippen oder zu rutschen. Sie denkt, dass wenn sie sich die Lebensmittel wieder verbietet, die ihr eigentlich nicht gut tun, dann landet sie wieder bei der Diätmentalität. Und das will sie nicht mehr. Weil sie durch den Weg des achtsamen und intuitiven Essens viel mehr Freiheit, Genuss, Freude und wunderschöne Erlebnisse in ihr Leben geholt hat. Ja, und jetzt sieht sie sich gefangen zwischen intuitiven und achtsamen Essen und verboten. Sie steht an und weiß nicht, was sie tun soll. Ja, in dieser Nachricht oder in dieser verzweifelten Botschaft der Person stecken einige Aspekte drinnen, auf die ich näher eingehen möchte. Zunächst möchte ich mit dir über die Definition von Verboten sprechen. Laut Wikipedia ist ein Verbot folgendes. Ein Verbot ist eine Anweisung oder Unterlassung einer Handlung. Diese Anweisung kann in Regeln, Richtlinien, Befehlen oder Rechtsnormen näher definiert sein. Verbote beschränken die Freiheit und die Autonomie einer Person beim Entscheiden bzw. Handeln. Laut der Definition von Verboten äußert sich also ein Verbot in der Formulierung Ich darf nicht, obwohl ich gerne möchte. Und genau dieses Ich darf nicht führt in den meisten Fällen dazu, dass wir die Sache oder eben das Lebensmittel, das wir nicht haben dürfen, aufwerten. Wir mögen es nicht eingeschränkt zu werden. Wir wollen eine Freiheit haben, eine Handlungsfreiheit, wie man das in der Fachsprache ausdrückt. Und deshalb wollen wir auch diese Handlungsfreiheit wiederherstellen. Und genau deshalb werten wir dann die Lebensmittel auf, die wir nicht essen dürfen. Und das tun wir sehr häufig, indem wir genau die Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Nämlich durch dieses Aufwerten von den Lebensmitteln entsteht ein besonderer Gusto. Und irgendwann, an irgendeinem Punkt, früher oder später, essen wir also vorher verbotene Lebensmittel. Und das einfach in einem Ausmaß, wo man sich dann denkt, na super, also diese Verbotszeit hätte ich mal sparen können, weil jetzt habe ich das Fünffache von dem gegessen, was ich normalerweise gegessen hätte. Zu sagen, ich darf dieses oder jenes Lebensmittel nicht essen, wird von außen, also von Diätvorhaben auferlegt. Es ist nichts, was ich will, sondern was ich tun muss, um mein Ziel, zumindest nach dem eigenen Glauben oder nach der eigenen Überzeugung nach, zu erreichen. Und bei diesem Ich-Muss, bei dieser Formulierung, erlebe ich wieder eine Einschränkung, weil mir einfach gewisse Dinge verboten sind. Es muss genau dieser eine Weg sein. Und genau von diesem Weg darf ich nicht abweichen. Beim intuitiven und achtsamen Essen aber lehnen wir Verbote und Muss ab. Denn Verbote im Zusammenhang mit dem Essen haben in der Regel einen guten Grund, das Gewicht zu reduzieren. Wir vermeiden also bestimmte Lebensmittel, weil es unser Diätvorhaben es uns verbietet. Was ist aber, wenn ich etwas nicht möchte? Also wir wechseln jetzt vom Muss zu Möchte. Dann sind wir nämlich nicht bei Verboten, sondern bei Wünschen. Wie etwa, ich wünsche mir, dass es mir gut geht. Oder ich möchte, ich will, dass es mir gut geht. Und ein Wunsch, kommen wir nochmal zu einer Definition. Ein Wunsch ist ein Begehren, das Erreichen eines Ziels für sich selbst. Ich möchte unbedingt etwas, ich will etwas. Das bedeutet, von innen heraus, ganz tief in meinem Herzen von mir aus, wünsche ich mir, dass es mir gut geht. Dazu gehört das Vorhaben, die Ernährung zu wählen, die mir gut tut. Und damit greife ich bewusst zu Lebensmitteln oder zu bestimmten Mengen von Lebensmitteln, die meine Gesundheit unterstützen. Das Vorhaben oder der Wunsch, dass es mir gut geht, ist also eine positive und angenehme Ausrichtung der Energie oder des Vorhabens. Es eröffnet verschiedene Wege, anstatt mich zu begrenzen und einzuschränken. Und damit ist ein Vorhaben oder der Wunsch, dass es mir gut geht, genau das Gegenteil von einem Verbot. Es führt nicht dazu, dass ich gewisse Lebensmittel aufwerte, weil ich darf sie essen, wenn ich möchte, aber will ich das auch, tun sie mir gut und dann kann ich entscheiden. Das heißt, hier habe ich Handlungsfreiheit. Ich kann mir aussuchen, was ich möchte. Es gibt keine Einschränkung. Und dann greife ich zu den Dingen, die mir einfach gut tun. Wenn ich also sage, ich lasse gewisse Lebensmittel weg mit dem Wunsch, dass es mir besser geht, ist das was anderes, als wenn ich sage, ich darf dieses Lebensmittel nicht essen. Das Ergebnis, jetzt wird es kompliziert, ich hoffe, du folgst mir noch, aber das Ergebnis, nämlich das Lebensmittel nicht zu essen, ist das Gleiche. Ob ich sage, ich will nicht oder ich darf nicht, das Endergebnis ist kurzfristig dasselbe. Ich esse das Lebensmittel nicht. Aber der Weg dorthin ist ein anderer. Der eine Weg ist ein Verbot und das andere ist ein Wunsch, so ein Vorhaben, ich möchte nicht. Eine andere Formulierung in den Gedanken. Und genau diese gedankliche Formulierung, dieses ich darf nicht oder dieses ich will nicht, macht einen massiven Unterschied im Weg, nämlich dem Weg, wie ich dann an mein Ziel komme. Das Verbot löst gegenteilige Bedürfnisse aus, also das Bedürfnis nach Freiheit. Und dann entsteht dieser Drang, genau dieses Lebensmittel zu essen. Während ein Wunsch oder ein Vorhaben förderliche Verhaltensweisen oder Bedürfnisse auslöst. Und das ist der gravierende und entscheidende Unterschied. Es kommt also nicht so sehr auf das Verhalten per se drauf an, also esse ich es jetzt oder nicht, sondern es geht um die Gedanken. Um dieses darf nicht oder will nicht. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wie du Dinge formulierst. Und da musst du oder darfst du ehrlich zu dir sein. Weil natürlich könntest du sagen, ja, ich will nicht zunehmen und das kommt von innen heraus und das ist positiv. Aber wenn du da näher reinschaust, was ist die Konsequenz davon? Wenn du panische Angst hast zuzunehmen, dann wirst du dir gewisse Verbote machen. Und damit sind wir dann wieder beim ich darf nicht. Also, das ist der gravierende und feine Unterschied. Und was dazu hier passt, ist so ein bisschen der Begriff Selbstsabotage, wenn man so möchte. Ich sabotiere meine Zielerreichung selber, indem ich meine Ziele oder den Weg dorthin einfach sehr, sehr schlecht formuliere in meinem Kopf. Ich verbiete mir was, obwohl ich es gerne mag. Und dann ist klar, dass ich mich nicht daran halten kann. Und dann habe ich das Gefühl, ich sabotiere mich selber. Also ein Vorhaben sollte immer wirklich positiv formuliert sein und auch das mit einschließen, was du möchtest. Also ich darf dieses Lebensmittel essen, aber ich will halt einfach nicht. Kommen wir zum zweiten Punkt. Beim achtsamen und intuitiven Essen lehnen wir Verbote ab. Ja, Diätmentalität ade, make peace with food, also schließe Frieden mit dem Essen, mit Lebensmitteln. Das sind wichtige Prinzipien. Gleichzeitig gibt es aber noch weitere Prinzipien und das ist das, was sehr, sehr gerne vergessen wird. Weil achtsamen und intuitiv Essen ist nicht, ich esse jetzt was ich will und wann ich will und wie ich will, sondern da geht es um mehrere Aspekte. Es ist ein ganzheitliches Konzept. Unter anderem gibt es da das Prinzip oder diesen Grundsatz auch Gentle Nutrition, also Ernährung, die mir gut tut und die ausgewogen ist, so im Ganzen. Lebensmittel wegzulassen, die mir nicht gut tun, ist also kein Verbot, sondern unterstützt das Prinzip Gentle Nutrition. Achtsam und intuitiv Essen lässt sich also durchaus mit der Tatsache vereinen, dass ich gewisse Lebensmittel nicht essen möchte. Denn es gibt hier kein Verbot, sondern ein Wollen, ich will das nicht, essen oder in gewissen Mengen essen, weil es mir nicht gut tut. Bei Unverträglichkeiten ist das oft das Gleiche. Betroffene haben so einen langen Leidensweg hinter sich, dass sie die Lebensmittel nicht essen möchten, weil es ihnen nicht gut tut. Kein Mensch hat Lust auf Lebensmittel, die ihnen sehr, sehr großes Leid zufügen oder halt nur in seltenen Fällen. Aber natürlich gibt es auch besondere Situationen, nämlich dann, wenn du aufgrund einer medizinischen Angelegenheit etwas nicht essen darfst, zum Beispiel im Zuge einer bestimmten Therapie oder Untersuchung. Und wenn du das weißt, dann ist es etwas ganz anderes, weil dann ist dieses Verbot wieder projiziert auf einen ganz bestimmten Sinn, auf einen ganz bestimmten Zweck. Wenn mir jemand sagt, ich darf vor einer Blutuntersuchung nichts essen, dann ist das jetzt kein Verbot, das mich über Wochen oder Monate begleitet, sondern das ist etwas zeitlich Begrenztes. Genauso wie bei einer Ernährungstherapie. Ich möchte jetzt nicht im Detail einsteigen, weil natürlich gibt es da Besonderheiten, aber da dürfen dann Mediziner und Diätologinnen drüber sprechen. Aber grundsätzlich sind so Anordnungen im medizinischen Bereich ja nicht lebenslang, sondern sehr häufig einfach begrenzt. Aber natürlich kann es sein, dass es gewisse Lebensmittel gibt, die du nicht essen solltest, weil du davon Sodbrennen bekommst zum Beispiel und dann willst du es trotzdem haben. Dann sind wir aber wieder bei der Formulierung und nicht unbedingt bei einem Verbot. Wenn du weißt, dass dir Lebensmittel nicht gut tun, aber du sie sehr gerne magst, weil sie einfach so toll bewertet sind, weil du tolle Erfahrungen hast, weil du die Konsistenz, den Geschmack magst, dann kannst du für dich entscheiden, dass du diese Lebensmittel dann isst, wenn du sie wirklich möchtest. An den Tagen, an denen du sagst, heute ist es mir wert, zum Beispiel den Brownie zu essen, obwohl ich weiß, dass ich dann einen Blähbauch oder Sodbrennen oder Bauchschmerzen bekomme. Aber hier wiegst du ab, indem du sagst oder dir denkst, ich kann und darf, wenn ich möchte. Aber möchte ich das heute? Möchte ich diese Konsequenzen, nämlich Sodbrennen oder Blähbauch, in Kauf nehmen? Und an manchen Tagen wirst du sagen, nein, das ist es mir nicht wert, weil mir geht es heute gut oder weil du weißt, okay, dieser Brownie schmeckt jetzt nicht so, wie du das eigentlich gerne magst. Und an manchen Tagen wirst du zugreifen, aber dann weißt du auch ganz genau, woher deine Beschwerden kommen. Und beides ist okay. Zusammenfassend können wir also sagen, es gibt keine Verbote beim intuitiven Essen. Und Verbote sind deshalb immer in Klammer schlecht, weil sie dazu führen, dass du dich selbst sabotierst, weil du dir sagst, ich darf etwas nicht, obwohl du eigentlich tief drinnen in dir emotional das schon gerne tun würdest oder essen würdest. Beim intuitiven Essen und achtsamen Essen gibt es eine Entscheidung, die du frei wählen kannst. Nach dem Motto, möchte ich das? Du kannst also sagen, ich darf XY essen, aber möchte ich das und möchte ich das heute? Tut mir das gut. Und damit schaffst du dir eine Freiheit, die dafür sorgt, dass dein Essdrang genau nach diesen Lebensmitteln nachlässt. Fassen wir die heutige Folge kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, ob Verbote immer schlecht sind. Vor allem dann, wenn du weißt, dass dir diese Lebensmittel nicht gut tun. Und wir haben uns angeschaut, was die Definition von Verbote sind, nämlich Regeln, Richtlinien, die dich einschränken, die deine Autonomie einschränken. Und das möchten wir nicht. Und deshalb führen Verbote meistens oder immer dazu, dass du genau den Wunsch hast, genau das Lebensmittel, was du nicht haben darfst, zu essen. Der feine Unterschied liegt in der Bewertung und in den Gedanken. Es ist ein Unterschied, ob du dir denkst, ich darf nicht oder ob du dir denkst, ich möchte nicht. Und dieses ich darf, aber ich möchte nicht, gibt dir einfach ganz, ganz viel Freiheit in deinem Essverhalten wieder zurück. Und Lebensmittel nicht zu essen, weil sie dir nicht gut tun, ist kein Verbot, sondern ein ganz wichtiges Prinzip von achtsamen und intuitivem Essen. Nämlich eine Ernährung und ein Essverhalten, das dir gut tut und deine Gesundheit unterstützt. Ja, und an manchen Tagen wirst du sagen, na, das ist mir nicht wert, ich möchte es wirklich nicht. Und an manchen Tagen wirst du sagen, ja, ich weiß, ich kriege da meinen Blähbauch oder Beschwerden, aber das ist okay heute. Und beides ist in Ordnung. Das heißt für dich zum Mitnehmen ist wirklich, also das, was hängen bleiben soll, ist, wie formuliere ich die Dinge in meinem Kopf. Wir kennen diesen abgedroschenen Satz, der Glaube oder Gedanken können Berge versetzen und das ist so. Weil das Ziel, nämlich ein bestimmtes Lebensmittel nicht zu essen, ist vielleicht das Gleiche, also das Endergebnis. Aber der Weg, wie du dorthin kommst, ist ein massiver Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob du mit dem Flugzeug, keine Ahnung, von Wien nach Berlin fliegst oder ob du zu Fuß marschierst. Du wirst dort ankommen. Das eine ist einfacher, das andere, ja, vielleicht nicht oder jedes hat Vor- und Nachteile. Blöder Vergleich vielleicht, aber du weißt schon, was ich meine. Genau, und in diesem Sinne, achte auf deine Bewertungen, auf deine Gedanken und entlarve die wirkliche Ursache von Selbstsabotage. Weil sie liegt in der Bewertung, in den Gedanken und nicht darin, dass du zu blöd bist, etwas umzusetzen. Ja, und auch beim intuitiven und achtsamen Essen geht es darum, Lockerheit zu bewahren. Das sind jetzt keine zehn Gebote, die du befolgen musst, weil sonst bist du keine intuitive Esserin oder kein intuitiver Esser und dann droht eine Strafe. Sondern das sind Aspekte, die wichtig sind, aber eben keine Gebote, wo es ein richtig und falsch gibt, sondern du entscheidest bei diesen einzelnen Aspekten, was für dich in welchem Rahmen richtig ist und sich gut anfühlt. Und deshalb gibt dir das einfach mehr Freiheit oder soll mehr Freiheit erzeugen und nicht wieder mehr Enge und Selbstzweifel, weil du dir denkst, oh mein Gott, mache ich das jetzt richtig und soll ich das essen, obwohl es mir nicht gut tut? Nein, wenn es dir nicht gut tut, dann tu es nicht. Also glaub an dich, hör auf dich und versuch nicht, so starre Grenzen zu setzen. Alle Links findest du in den Show Notes. Alle Links findest du in den Show Notes.